Frau Rosemarie, Sie sind gekommen mit einem Haufen Schmerzen, die Sie seit Jahren haben und viele Beschwerden, gell? Und wir haben festgestellt, dass Sie so einen Lechnerherd haben. Das heißt, der Zahnfestl ist weggenommen worden und da sind sie ausgeputzt worden, da war eine Kieferostitis drinnen. Am nächsten Tag haben die ganzen Schmerzen angefangen und seitdem haben sie noch mal Schmerzen. Schmerzen, Schmerzen. Und jetzt habe ich Ihnen Elektroden auf den Herd draufgepickt und ich habe Ihnen unten die schmerzenden Stellen im Knie eine Elektroden draufgepickt. Und können Sie da jetzt berichten, was sich da verändert hat? Am Knie ist jetzt nach, weiß nicht, einer viertel Stunde, glaube ich, habe ich jetzt diese Elektroden umkleben. Das Knie ist jetzt schmerzfrei und im Unterkäfer habe ich gleich einmal gespürt, dass diese ziehende Schmerz besser wird und sogar ganz weg geht. Und dann, das ist jetzt noch wichtig, weil ich sonst vergiss es, haben wir im Mund bis zu 140 Millilowatt Spannung gemessen zwischen verschiedenen Ärmelgern und Zähnen. Und daraus ergeben sich natürlich alle Ihre Schmerzen. Okay. Dankeschön.